Traumhafte Villa mit herrlichem Meerblick, zwei Wohneinheiten, Solar, Barbecue, Jacuzzi, Wintergarten, Fußbodenheizung, Garage und mehr. Es ist eines der schönsten zwei Familienhäuser am Monte Pego. Top Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese sehr gepflegte Villa mit zwei vollständigen Wohneinheiten sollten Sie sich nicht wegschnappen lassen. Im Hauptgeschoss befinden sich Wohnzimmer, Esszimmer mit Meerblick, Küche mit Meerblick, drei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein Wintergarten mit Meerblick, ein Außengrill sowie eine Dusche. Der großzügige und windgeschützte Pool befindet sich auf der gleichen Ebene. Im Gartengeschoss befindet sich die Einliegerwohnung mit Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, Küche, zwei Duschbäder, Außenterrasse. Weiterhin befinden sich ein Fitnessraum mit Jacuzzi und eine Garage für ein bis zwei Fahrzeuge sowie eine Werkstatt und diverse Kellerräume in diesem Gartengeschoss. Die gesamte Villa sowie der traumhafte Garten befinden sich in einem sehr gepflegten Zustand. Von der Poolebene gelangt man mit einer Außentreppe nach unten in das Gartengeschoss. Ein rundum schönes, faires und empfehlenswertes Objekt. Prädikat? Unbedingt eine Besichtigung wert! Wir und unser Team freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen. Ihre Familie Scheich 1. Wir machen die Luftwaffe im Ernstheim. Wir machen die Luftwaffe. Wir prowaden die Luftwaffe im Mischof Court. Wir?! Wir grind uns, sich weit vorne aus. Wirцион invited uns für Bre competence. sometime Sudden! Wir brauchen ihre Luftwaffe. Untertitelung des ZDF, 2020